grüße euch paraguay live und herzliche sonnige grüße wie gesagt aus paraguay hinter mir sieht ihr ein freistehendes einfamilienhaus 8 meter auf 15 meter richtig schön und gut geplant und darüber sprechen wir heute ganz kurz bleibt rein so wie gesagt individuell geplantes haus es sieht wirklich fantastisch aus mit ankleideräumen und natürlich schöne sicht könnt ihr auch hinten sehen da ist die sonne da möchte ich natürlich nicht gegen die sonne drehen von daher versuche ich es natürlich von der anderen seite noch ein paar bessere aufnahmen zu machen also wie schon erwähnt wir machen die sachen gut schnell und zum besten preis leistungsverhältnis im hintergrund kann man ja die autos sehen die maschine tiefbrunnen wird ja etwas repariert und so funktioniert die jungs wohnen da direkt dahinter kann man sie sehen und hier links direkt das haus da haben wir noch die kleinen hunde die uns oder die baustelle fast immer begleiten ist schon lustig also man sieht es dass die individuelle bauweise richtig voran schreitet die sicht bleibt wirklich top einfach klasse wie gesagt noch kurze erklärung hier vorne die terrasse die kann man natürlich auch zu machen also mit glas beziehungsweise man kann es später auch zumindest teile auch eine seite beziehungsweise die andere seite auch verglassen so dass man auch geschützt ist und so entsteht ein toller raum so nummer als idee man kann es auch selbstverständlich offen lassen um es halt die natur richtig zu genießen so wie ich erwähnt habe die preise sind ja gestiegen die steigen im prinzip fast jeden monat also kann ich euch sagen deshalb grundsätzlich könnte ja nichts verkehrtes machen um in ein haus individuelle planung zu investieren das ist wirklich die beste investition ist investition sorry eures lebens so oder so da kann ich an alle im prinzip das ja nur wiederholen daher wollte ich noch kurz die aussicht also im prinzip vor der terrasse befinden wir uns jetzt und das könnt ihr einfach sehen das ist herrlich ja also ich glaube ohne worte kann man es lassen die ruhe und die schöne aussicht ist einfach klasse so wie gesagt individuell geplantes haus und richtig mit einem großzügigen grundstück und mit der tollen aussicht dahinter also die neubausiedlung wie gesagt die wird so sein dass wir also auf jeden fall die grundstücke ab 720 quadratmeter lassen also es werden keine kleinere grundstücke verkauft damit natürlich der siedlungscharakter immer frei und schön sehe ich euch kombat aber wie gesagt so jetzt geht es ja besser ich muss mich glaube ich doch drehen weil die sonne ist relativ stark so die haben da schöne spielzeug jetzt so jetzt müsste ich mich etwas verstecken vor der sonne also falls sie fragen habt einfach anrufen die telefonnummer unten individuelle planung zum toppreis leistungs verhältnis ihr müsst einfach zuschlagen sonst vergehen die chancen wie ihm nichts toppreis leistungs verhältnis einfach anrufen oder per e mail anschreiben das video weiter teilen und gleich nach oben macht gut wir sehen uns im nächsten video ciao ciao